Die Kleidung. Vergiss nicht, mir immer nachzusprechen. Der Pullover. Der Schuh. Das Höschen, das sagen wir normalerweise für Frauen. Und die Unterhose, sagen wir für Frauen und Männer. Für Männer kann man auch Boxershorts sagen. Das T-Shirt. Das Kleid. Die Jeans. Das Hemd, das sagen wir bei Männern. Und die Bluse, das sagen wir bei Frauen. Hier ist der Kragen. Und hier sind die Knöpfe. Also der Knopf. Und hier sind die Ärmel. Das sind kurze Ärmel. Und es gibt auch lange Ärmel, wenn das hier lang wäre. Der Gürtel. Es kann auch ein Ledergürtel sein. Das Leder. Oder das Kunstleder. Die Mütze. Die Mütze. Und hier ist der Bommel. Die Socke. Und hier ist der Reißverschluss. Und hier ist die Tasche oder auch die Hosentaschen. Die kurze Hose oder die Shorts. Der Hut. Die Weste. Das Käppi. Der Handschuh. Der Handschuh. Der Handschuh. Der Mantel. Die Jacke. Die High Heels oder die Pumps. Die Hausschuhe oder wenn es nur einer ist, dann ist das der Hausschuh. Der Bläser. Das war's auch schon. Das war's schon. Der Gegenteil. Das war's. Das war's. Vielen Dank.